Wir hatten das Glück, dass wir durch eine Lotterie den größten Teil der Kosten für das Bike-Labyrinth bekommen konnten. Das war sehr schön und ich habe so die Erfahrung, dass die auch sehr offen gerade für diese innovativen Ideen sind, dass man da also sicher Zugänge findet bei verschiedenen sozialen Lotterien, die also da in Frage kommen.